Heizung Die Bedienung der Wassertherme erfolgt über das zentrale Bedienpanel. Die Zündung der Warmluftheizung per Drehknopf direkt an der Heizung. Mit einem zweiten Drehknopf regulieren Sie das Gebläse. Die Austrittsöffnungen für die Warmluft sind verstellbar. Sie können die Warmluftzufuhr also gezielt dosieren. Sollte der Caravan mit einer Truma Kombi 6 oder Alde Warmwasserheizung ausgestattet sein, werden diese direkt über das TFT Bedienpanel gesteuert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017